Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Part von KINGHIRTS Mal sehen, alles wurde ja im letzten Part entführt und wir laufen hier durch die Gegend Ohne zu wissen, wohin wir eigentlich wollen Wir müssten eigentlich alles schon gesehen haben und ja Die kommen unpassend Wunderzimmer Aber ich will dich auch nicht haben Herzregional Das Wunderzimmer Da geht auch ins Wunderzimmer Wieder Luthushain Der Tee-Party-Garten Nochmal ins Wunderzimmer Oh, dann ist er wirklich Zeit für das Finale der Welt Feurer Ring Alle Feuerschäden steigt höher Checkpoint Berserker Und neue Berserker Teilweise habe ich mir auch angesehen gehabt Auf Camp Autsch Ach, nein Ach, nein Ich brauche mir total Lust auf ihn Ich brauche mir total Lust auf ihn Dann noch einmal Und dann können wir auch gleich den Boss der Welt besiegen Von hier oben Von hier oben habt ihr eine bessere Übersicht Wer sagt, dass ich sie haben will Jetzt kann ich auch noch einmal kurz heilen Und kriegt auch ein paar Sand zum heilen Ein Buch, das nichts macht Ich möchte lieber etwas trinken Mal ein Buch lesen Ich verstecke zwischen den Seiten Mit Tril-Erz Ein Geheimnis hinter der Uhr Das wollen wir auch noch nachgeben Bevor wir gegen den Boss kämpfen Dunkle Materie Ich verstehe Was hat eure Kräfte über den Kampf gegen den Boss? Oh. Oh. Nah, he is kinda. Oh. 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 Komm schon! Missed! Und auch geschafft, gut Und nochmal zurück zum Herz-Revional Sie kehren oft Hier zurück hin Und nochmal Weil es so schön war Oh, jetzt können wir nichts mehr tun Und um uns hier vorzudrücken Ich hoffe, ihr seid bereit Die Schatten sollten bald hier sein Seid ihr auf das Schlimmste gefasst? Wenn nicht, Pech gehabt Und da ist es Der Stilzenläufer Hier zwei nicht abhängen Hm? was das bedeuten soll dieser blaue kreis leuchtet Autsch Und er hat den Stürr verschwinden lassen Hey Ich treffe mich nicht So Kann ich die Dinger nicht Äh, löschen? Autsch Das Feuer ist besser Hey Ich mach den Stuhl nicht Na doch, er hat den Stuhl verschwinden lassen So Und das war's mit Lufi Er lässt den Tisch nun drehen Gut, nun ist es wieder da im Spiel Der Tisch dreht sich auch nicht mehr Und er ist doch schon besiegt Puh, gut gehabt Und auch er wird ein Herz Oh Gott Flammenwall erhalten Aber wo ist Alice? Ein Schlüsselloch Was war das? Ihr habt's gehört als Habt ihr es gehört als ob etwas geschlossen wurde Dieser Gummistein ist nicht wie die anderen Okay, ich werde ihn mitnehmen Navigumi Gummini erhalten Oh, du zeiget Du bist ein Held Falls ihr Alice sucht Sie ist nicht hier Sie ist verschwunden Verschwunden mit den Schatten in die Dunkelheit Oh nein Wir sind zu spät Zurück zum Gummijet Wir werden in anderen Welten nach ihr suchen Wir müssen zu einem Schwerpunkt um zum Schiff zurückzukehren Na toll Wir haben jetzt Alice verloren Na toll Jetzt heißt es eine kleine Rundreise Hup Hup Nein Wir müssen überlegen Was ist jetzt der bessere Weg? Ja, so ist jetzt wirklich besser Hey, er versucht sich abzuschießen Autsch Nicht abschießen Mist Okay, erster Schritt geschafft Jetzt folgt eine große Pause voll Leere Wurde 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 Wow Das war nichts. Hm, nett. Ja, ich weiß, das war die neue Welt, aber trotzdem schieben wir auf sie ab. Mal sehen, wie die Leute reagieren. Glaubst du, hier werden wir unseren König finden, Donald? Nein, glaube ich nicht. Was soll er denn hier so wollen? Das Landen können wir uns sparen. Nur eine bloße Zeitverschwendung. Und nenn mal, vielleicht sind aber Kairo und Rico hier. Ich will hier runter, Donald. Ich möchte nach ihnen suchen. Die Mission geht vor. Wir werden ein neues Ziel anfliegen. Ich will aber, dass wir hier landen. Kommt nicht in Frage. Landen. Weiter fliegen. Landen, habe ich gesagt. Lass das. Nimm deine Finger da weg. Achtung, Sturzflug. Bruchlandung. Was auch immer. Nein, ein blödes Kätzchen. Was auch immer. Was auch immer. Was auch immer. Was auch immer. Okay, ich drehe das Kätzchen. Oh, 15 Punkte gleich für sie. Ah, so hieß das Kätzchen. Hm. Wenn der ein Schade ist, dann... ...nach weiß ich nicht. Ich schaue meine Freunde Riku und Kairi. Schaue Riku. Freunde. Genau. Kairi. Freunde. Genau. Freunde, hier. Wirklich? Freunde, hier. Nicht sicher, dass ich verstehe, aber schau ich. Geh mich an Riku und Kairi. Tarzan. Tarzan, geht's. Und ich bin Sora. Tarzan, geht's? Sora, geht's. Verschollen im Dschungel. Die Dschungel. Ja. Ich glaube, Tarzan versteht nicht, was Sora meint. Und Sora versteht nicht was... Wo sind wir? Ich hoffe, dass Sora gut ist. Ah! Wer braucht sie? Oh. Nicht der. Ja. Jetzt haben wir Tarzan in unserem Team. Und es wird mir eine Freude sein, hier durch die Gegend zu laufen. Speichern. Speichern. Mega Erter. So. Und ab in den Totenbaum. Und ab in den Totenbaum. Und gleich geht's abwärts. Und gleich geht's abwärts. Ach, hier haben wir eine Tee... Einen kleinen Tischlein für Tee. Mit Teetasten und einer Teekanne. Vorrezept. Ofen einmachen. Nicht Finger verbrennen. Okay. Auf ins Zelt. Jane. Tarzan. Oh. Und wer ist das? Ah. Hi, da. Ich bin... Oh. Sie sprechen Englisch. So, dann. Obviamente, Sie sind nicht mit Tarzan. Sie sind hier für die Gorillen? Highly doubtful. Sorrel! Goofy! Donald! Ha! Wahrscheinlich! Ein Cluster von Clio! Nicht viel Hilfe bei Glame. Herr. Cleyton. Wir studieren sie, nicht sie sie. Das ist Forschung. Was ist das? Wollte ich auch jetzt fragen. Ein Gummistein, da. Das selbe Zeug, aus dem unser Schiff ist. Das bedeutet also, der König könnte hier sein. Wir müssen uns zusammentun, wenn wir ihn finden wollen. Zumindest vorübergehend. Schön, du kannst mit mir mitkommen. Zumindest vorübergehend. Tata tauscht mit Wufi. Oh, Tata tauscht mit Donald. Und weiter. Ich würde gerade irgendwie, ja, Donald nicht mitnehmen wollen. Aber ich muss es tun. Tata wurde anscheinend im Dschungel von den Gorillern aufgezogen. Mit ihm zu sprechen ist noch immer nicht leicht. Aber er macht Fortschritte. Er hat vorhin also in der Gorillersprache gesprochen. Richtig, du suchst also jemanden? Ja, er sagt, Reko und Carrie seien hier. Aber ein Wort konnte ich nicht verstehen. Vielleicht hilft uns das, der Projektor will weiter. Wir zeigen halt dann einige Dias. Vielleicht trifft eins davon dieses Wort. Oh, wo sind denn die Dias alle hin? Hm. Triotech. Mit drei Welpen. In den Ofen kürzelt ein Feuer. Dia drei. Dia sechs. Dia eins. Dia fünf. Dia zwei. Anleitung drei. Dia vier. Den Typ würde ich gerne einfrieren. Anleitung zur Herstung von... Äh, klar. Zusatz eine Portion... ... äh, ein Portion. Ähm, ja. Zusatz etwas zur Herstung mehrer Items. Äh, Aufwand machen, nicht verbrennen Äh, zur Herstellung von Äther Zutat Äh, hinzugeben und kühlen Zweites Kurzerpferd Ähm Anhalten zu Anhaltungen Äh, das ist ein Beginn Hinzufügen und jetzt kühlen Wow Also, ne, hier kühlen heißt es dann Ähm Dann Äh, endet Ok, eine zweite Herstellung von Äther Zutaten hinzufügen und kühlen Ich heiße Clayton Ich bin ein Jäger, kein Forscher Das wissen wir und darum will Deswegen mögen wir dich alle nicht Also, wo ist jetzt Der zweite Teil Und drei Äh, zwei Ich bin doch alles untersucht Äther Zutaten hinzufügen Irons Vielleicht haben wir ein Zelt irgendwas. Nein! Oh, ja So, hinzufügen, jetzt Ofen, Feuer, ein Fach Das ist alles teuer Fertig ist das High Potion So, ist da, wie wir gekocht haben Können wir uns jetzt wichtigen Sachen widmen Wir reisen zur nächsten Welt Yay! ein spezial eingesammelt mal sehen was geht es weiter hat so viel spaß denn wir waren jetzt wirklich eine runde reise wir fliegen nämlich einmal komplett rum aber wenigstens überall was zu tun so weiter immer alles schön einsammeln im notfall kann man die auch schön verkaufen und hier haben wir die nächste welt eine arena mitten im wüsten aber nur im sand arena des olymps eine wolke kein sand ok kann passieren olympus kolosseum und wir wissen ja wer hier das sagen hat ich will nicht das sagen aber wer hier existiert lebt hier ist eine kiste mit mitrienerz mega porsche porschen irgendwie kann ich grad nicht widersprechen und noch ein triotech und noch mal drei welpen ein eingangszahle diesen gelbes triotech können wir aber noch nicht machen einmal speichern denn es wird nervig werden doch wie nervig das seht ihr erst im nächsten paar euch noch einen schönen tag schreibt mir in die kommentare wie ihr den boss fandet und ciao oh oh Untertitelung des ZDF, 2020